Wir sind hier an der Goethe-Schule in Asuncion und unsere Schule wurde 1893 gegründet. Die Schule hat zurzeit ca. 1800 Schüler vom Kindergarten bis zum 13. Schuljahr. Wir freuen uns, wenn wir Besuch aus Deutschland kriegen, wie in diesem Fall von Gerrit Rüsken und seiner Band, weil es uns und unseren Schülern die Möglichkeit gibt, direkt mit deutscher Kultur in Kontakt zu kommen, was bei uns hierzulande ein seltenes Angebot ist. Das vermittelt den Schülern ein sehr gutes Deutschlandbild und das hilft uns in unserem Lehrauftrag sehr. Wir berichten gerade live aus dem Klassenzimmer. Im Hintergrund seht ihr die Deutschlandkarte, unsere Powerpoint-Präsentation, die wir den Schülern vorgeführt haben. Wir werden gleich noch einen Radioauftritt haben beim Radio Wienes. Wir werden gleich abgeholt, das heißt es geht direkt gleich weiter. Straffes Programm. Wir werden weiterhin berichten und freut auch auf den nächsten Blog. Wir werden weiterhin abgeholt, das heißt es geht abgeholt, das heißt es geht abgeholt, das heißt es geht abgeholt. Wir werden abgeholt.